hier lang auch komm schon bitte ich hoffe ich bin hier überhaupt richtig der ja scheiße wenn nicht alter wo geht's denn hier lang mann ich weiß nicht wo ich bin ich weiß nicht mal wo ich lang muss da also komm schon ist irgendwie dämlich gott endlich kann ich sie da wenigstens sehr schön brutal hinschubsen alter wie wir sie auch noch tragen ich wollte sie eigentlich noch schubsen ja natürlich ist mir ein vergnügen bringen sie her ich nehme den schlüssel das ist doch so einfach warum er hat das nicht gemacht ich schätze wir gehen vorne raus oder so warte hier als hätte ich eine wahl so wir wollen uns natürlich nicht entdecken lassen deswegen morden wir hier ein bisschen auf unserem wege hat die blut an den füßen alles klar setzen wir sie hier ganz dezent auf der treppe ab alles klar die laufen gerade darunter unsere chance obwohl wir da denke ich runter müssen du hast familie es ist nicht deine familie diese nacht in der villa ich musste mir deine gunst sichern um vorlie zu schützen verstehst du das war naja schauen wir mal wo wir lang müssen nein ihr habt mich nicht gesehen wo ist er jetzt ich glaube wir wurden entdeckt und fällt er nach vorne mehr oder weniger so müssen wir sie jetzt darunter schmeißen oder wie regeln wir das das ist so eine lustige lang wie sie es schon sagt haha geil richtig geraten vielio depotana tut was nie wieder naja gut verdammt das war dumm egal da müssen wir jetzt wenigstens nicht mehr vorsichtig sein zumindest nicht mehr ganz so vorsichtig okay wer läuft da ach augenzeuge oder das das ist glaube ich auch neu dass man augenzeugen eliminieren kann es wird von dort drüben geöffnet so laden wir die hier mal ab und öffnen eine runde die tore wo ist das zweite auf der anderen seite hey voll der geile reim oh natürlich das ist jetzt oben oder am arsch am arsch was sollen die scheiße nochmal jetzt muss ich die mitnehmen oder was ob das ist doch zum kacken hier so ein scheiße boah bis gleich da muss der ja klar von hier aus jetzt nochmal aber hier wurde ich ja noch nicht entdeckt oder okay vielleicht schaffen wir es ja unentdeckt zu bleiben erst mal laufen wir den türrahmen hoch und dann nehmen wir sie es wird von dort drüben geöffnet ich würde mal sagen da kann ich sie jetzt ja wohl liegen lassen und hier hin oder wer kann der da auch schon rum ey das darf nicht wahr sein warnung zum ziel zurückkehren das hätten wir auch anders machen können also klar in der nähe bleiben ja aber wenigstens um dann die mission zu schaffen so lade ich sie hier unten ab und kletter dann hoch da hat er da oben mir probleme machen könnte gut auffassen nicht zu oft shift drücken sonst kommt gleich wieder hier eine rastfunktion möchten sie das aktivieren naja ja ihn gerne das macht mich immer noch stinke runter jetzt konnte ich eben nicht nochmal drücken weil ich hatte schon viermal gedrückt das wäre das fünfte mal gewesen und wir sind draußen 50 prozent scheiße ja okay wer sonst auch zu einfach ein bisschen hüter von vorliegt katharina bei ihrer flucht aus engelsburg zu fährt eskortieren eine attentat serie auf mindestens fünf sachen schaffen na gut naja du bist wohl der lass die nicht entwischen ja ich habe keine zeit ich muss hier ein pferd verfolgen hoffentlich finde ich unterwegs noch eines oder so dort findest du machia belli er wartet auf mich was ist mit der jemand muss hier bleiben und die wachen ablenken ja das machen wir sonst werde ich mir nie verzeihen ok oh da kommen auch schon die hilfscheriffs och man blitzattentat ok ach kommt schon ja jetzt kommt der wichser da noch scheiß drauf mit dem attentat ok jetzt bau 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 b Werden wir ja gleich gewahr Drauf geschissen Ich will töten Was war das? Tolle Synchronisation Erreicht? Ne Uh geil Was explodiert da alles? Ach komm schon Ne ist ähm Fehlgeschlagen Alter die jetzt wieder hier Alter und jetzt Kommen hier wieder die Bogenschützen Alter verpiss dich Alter diese flinken Wachne Die regen mich so auf Nicht mit mir Nicht mit mir Kommen hier unendlich viele Weil dann haue ich jetzt Nämlich einfach ab Ja komm Drauf geschissen Das ist mir zu langweilig Juhu Bürgerwehr Oh Woher wissen die eigentlich Dass die mich jagen müssen So Jawoll Bam Hüter von vor Alles klar Das haben wir auch abgeschlossen Würde ich sagen Hier gibt es einen schicken Laden Den renovieren wir erstmal Wir haben ja jetzt wieder ein bisschen Kohle Dazu bekommen nochmal Ich werde nicht mehr gesucht Das ist gut zu wissen Die beste Ware Steht zur Hand Nur zu Ihr wisst was ihr wollt Okay Ihr seid ein Himmel Lasst los Okay Warum ging das nicht? Alter die nun wieder Die Oh kacke Ich hatte Versehentlich hier Dings Egal Die Mütze Ich hier putze Ach komm schon Bam 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 Zack Kinderspiel Doktor So Doktor Gegenstände verkaufen Totems Hasenpfoten 15i Bringt dir auch nix Gut Ja da oben ist direkt ein Steckbrief Dann bin ich wieder auf null Das ist doch gut Und dann Ob der das wohl schafft Nein Nicht ganz Sah etwas schmerzhaft aus Hier ist ein Stall Meins Ich kaufe einfach jetzt alle Läden Die auf meinem Weg liegen Gleich auf Dann hab ich sie Und ich hab ein Pferd Ja das hat doch gleich doppelte Vorteile hier Und los geht's Hehehe Aus dem Weg Ups Dann hier lang Alter was für ein komplexer Weg hier Oh Was konnte ich denn da eben Da will ich nochmal kurz zurück Ja ich brauch Hallo Wieso beendet der bitte die Map nicht wieder Geht